Gut, dann mache ich mal den Rest hier, ne? Freunde, wer will nicht gerne einfach mal Skins umsonst bekommen? Naja, ich sag mal so, ganz umsonst ist es nicht, weil ihr braucht natürlich Amazon Prime und wenn ihr das habt, dann könnt ihr euch dementsprechend ab und zu Skins abholen und diesmal war einfach Vantage im Inventor und ihr wisst es, Leute, Vantage ist einfach so eine gute Legende. Ihr habt einfach mit ihr eine dritte Waffe und das ist einfach eine Sniper. Ihr könnt Easyman AR oder eine MP spielen und könnt mit Vantage so richtig reingehen. Vantage hat mittlerweile in Silber, in Gold und fast noch in Platin die höchste Pickrate. Generell hat sie eine richtig hohe Pickrate overall, also über alle Divisions und natürlich aber auch bei den Casuals und sie ist halt einfach richtig gut. Mit ihr muss man nicht viel beachten, ihre Ulti ist super stark, ihr habt so gut wie keinen Bullet Drop. Die Bullet Velocity ist super schnell, das heißt also, die Waffe ist fast immer Hitskin. Ihr könnt einfach direkt auf die Gegner raufziehen und Freunde, es gibt eigentlich gar nicht viel mehr zu sagen, außer spielt diese Legende und holt euch praktisch den Skin für umsonst. Ich meine, die meisten haben sowieso Amazon Prime bezahlt dafür. Warum also nicht noch ein paar Apex Legends Skins abgreifen? Und mir bleibt wirklich bloß eins zu sagen, ey, es würde mich mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Es ist völlig kostenlos und es schützt mich, wer Bock auf Livestreams hat. Und es wird hier schnell verlinkt. Ich halte die Schnauze, ich wünsche euch richtig viel Spaß beim Video. Noch hier einer? Ja, ich. Boah, das ging mal schneller als gedacht, würde ich mal meinen. Oh, direkt neben uns, ja. Lockt tot? Ja. Vor mir Gegner. Lockt. Schön, Digga. Das war ja simultan-Nock-Fast. Geil. Da. Okay, wir machen einen schönen Sniper-Dual, bin ich dabei. 50 Vantage, komm mal, komm mal, Vantage, komm mal, du mich. Lockt, okay, gut. So. Durch. Auf meinen Marker, exakt auf meinen Marker. Das ist eine Vantage-Nockt. Das ist, glaube ich, ein... Das war der nicht, oder? Das ist ein Fuse? Ne, das ist es nicht. Gut, hinter uns, hinter uns. Lauf, 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 lauf hier runter, lauf hier runter, lauf hier runter. Da. Ah, Bro, wir sind im Arsch, Alter. Wenn nicht, gehen wir einfach hier unter der Brücke weg. Wir gehen einfach unter der Brücke weg. Wir beide auch wieder weg. Tschüss. Komm, Alter. Ja, und da habe ich ein Team-Wife. Gut. Oh, der wird ja aufgeholt. Irgendwo wird ihn aufgeholt. Hab ihn wieder noch? Ah, das ist so OP, Alter. Lass mal reingehen, bitte. Ne, Rauch. Hier draußen. Hab's gesehen oder gehört. Cracked. Oh, yo. Ach so, ja, hat diese... Ist die runtergesprungen? Ne. Ja, jetzt, ja. Sie hat's probiert. Ich hab sie so auf meinem linken Ohr gehört und war so, warte mal, die ist doch hier irgendwo. Ja, ja, ja. Da oben drauf. Hast du ne Sniper, Digga? Ne, leider nicht. Nein, Brian. Knocked. Ja, 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 hab's gesehen, Digga. Ganz stark. Wenn wir die jetzt pushen, wenn noch die anderen kommen, deswegen würde ich eigentlich sagen, lass du die so... Ah, gut, okay, schaff's doch. Wir rennen nach oben. Aber der eine ist noch... Guck mal, der eine könnte mir jetzt lasern. Warte, 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 warte. Knocked. Ist wieder knocked. Ist wieder knocked. Ja, okay, ja. Kommst du hoch? Ja. Das hat doch ganz gut eigentlich funktioniert. Da kommen die neunen. Ja, ich weiß, weiß, weiß. Linke ist fast cracked. Knocked. Hat, äh... Mach, 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 komm rein hier, komm rein hier. Ja, Digga. Sauberes Ding, Alter. Ja, der Gebreiter hat ein schönes Play gemacht, aber hat damit richtig versaut, weil er Ewigkeiten gebraucht hat. Eigentlich geiles Ding, ult hier rauf in seine Kuppel, aber er hat die Valkyrie komplett allein gelassen, oder wer das auch immer war. GG. GG's. Hier rechts. Einer hat 57 mal kassiert. Auf Crackdose. Lass uns hier runterpushen, rück dich. Knocked. Lade, ich kann nicht durch dich durchschießen. Wir einen Knocked. Oh, gut, noch ein neues Team. Auch Knocked. Hinter uns, glaube ich, ne? Und ich bin tot. Oh mein Gott, Alter. Ja. Nehmt du schnell das Schild raus, wenn du kannst? Kommt. Kommt. Wo denn? Hier. Droppe? Yo. Ja, Snipe auf mich. 63. Da einer. Irgendwie da in der Nähe. Die Vantage snipet von hinten. Gehs direkt links, lege links, lege links. Komm, großer, komm. Schönes Ding. So. So, ihr Lappen. Jetzt seid ihr am Arsch. Gino? Ja, ja. 100. Ich bin auch gerne an der Seite. 100? 50? Todes. Komm, komm, Digga. Nicht? Okay. Er wurde tot, ist tot, aber ein neues Team halt. Können. Ne, ist ein 2. Ist ein 2. Ist ein 2. Fliegt rüber, fliegt rüber. Ja, ja, Jungs. Ist gut, ist gut, ist gut. Wir holen euch gleich. Gleich seid ihr tot, Jungs. Gleich seid ihr tot. Alles gut. Ich habe gut kassiert. Naja. Ich gehe mit dem Schiff. Lass uns hier hochgehen. Hoch, hoch, hoch. Ich glaube, die sind weiter rechts. Bin mir aber nicht sicher. 63, die da? 100, 100, Digga, 100. Weg, 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 weg. Schieb drauf, schieb drauf, schieb drauf, schieb drauf. Links, links, links. Oh, Granate. Wir müssen ein bisschen hinter. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Da sind sie, da sind sie. Wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus, wir müssen raus. Oder wir fighten die noch ein bisschen, ja. Crack der eine. Ganz weit links, wir laufen ganz weit links. Oh, direkt vor mir, direkt vor mir, direkt vor mir. Knockt, schönes Ding. Ich habe ein ganzes Magazin daneben gesammelt. Das glaube ich, die links, links, links. 130 von mir bekommen. Papier an der Meste, vergiss es, Alter. Ich muss mich hier hin. Rennen, 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 rennen. Korrekt. Leider keine Zeit. Andere ist ein 95, ganz ruhig. Andere ist 95 gewesen. Schöne Ding, schönes Ding. Pass mal, wer es war, war, war da? Der Sniper? Noscope, Noscope. Noscope? Ih, was? Der Noscope hat locker gesessen. Der Noscope hat zu 100% gesessen. Ja, Horizon Ulti wurde krass genommen. Einfach rauf, ein Magazin. Ist sofort down. Das ist wirklich so easy. Das ist wirklich so easy. Das ist wirklich so easy. Das ist wirklich so easy.